Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und deine live aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hallo und herzlich willkommen bei Business Kung Fu. Hier ist wieder euer Marco. Das wird jetzt auf jeden Fall ganz kurz der Shorty. Aus gegebenem Anlass. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ja und zwar von der Jürgen Höller Akademie. Ich denke mal Jürgen Höller dürfte im einen oder anderen Begriff sein. Ja, so einer der bekanntesten, vielleicht auch kontroversesten Trainer, die es so im deutschsprachigen Raum gab und gibt. Ja, der hat ja schon so eine Odyssee hinter sich gehabt, dass er böse am Boden war und sich im Prinzip wieder aufgerappelt hat. Und das auch in einem Buch niedergeschrieben hat. Ja und das Buch heißt dann und immer wieder aufstehen. Das habe ich nämlich auch hier liegen, kam gerade relativ frisch an, hatte ich mir gebraucht, gekauft. Und ich hatte aber auch über die Homepage der Jürgen Höller Akademie mir seinen Bestseller bestellt. Ja, Sprenge deine Grenzen. Das ist ja auch immer so dieser, ja ich nenne es mal Köder Produkt. Ja, also heißt ein Buch, das an sich kriegst du das kostenlos. Ja, also in dem Fall, es ist schon ein dickerer Wälzer wohl. Ich glaube 6,95 oder 7,95. Ja, also man sagt immer dieses Angebot Free plus Shipping. Ja, ist halt dann Versandkosten plus ein bisschen Handlingpauschale, Logistik, was weiß ich. Also deckt eigentlich nicht wirklich die Produktions- und Versandkosten, Vertriebskosten. Ist ja auch eher ein Einstiegsprodukt. Das habe ich vor zwei Wochen ungefähr bestellt und es ist bislang noch nicht angekommen. Ja, und jetzt wurde ich mehrfach die Tage immer wieder versucht anzurufen von der Schweinfurter Nummer. Schweinfurt ist ja die Ecke, wo Jürgen Höller herkommt oder wo auch diese Jürgen Höller Akademie ist. War ein Mitarbeiter, der dann gefragt hat, ja, sagen Sie mal, ist das Buch schon angekommen? Sagte ich, nee, bisher noch nicht. Gab es da irgendwie Probleme mit oder so? Und gesagt, ja, normalerweise nicht. Das geht eigentlich immer direkt raus. Aber ja, im Moment gibt es da wohl irgendeine Verzögerung. Und da wollte er nochmal nachhören, ob da schon was gekommen ist oder bisher noch nicht. Ich habe auch gesagt, nee, also ich habe auch keine Versandbenachrichtigung gekriegt oder irgendwas oder Paketverfolgungsnummer. Gut, die Paketverfolgungsnummer, die kriegt man ja letzten Endes auch nur dann, wenn es jetzt wirklich als Paket verschickt wird und nicht als Büchersendung oder sowas. Okay, also fand ich eigentlich ganz rührig, dass man da mal angerufen wurde. Und auch diese Hartnäckigkeit habe ich bewundert, weil diese Nummer, die hatte ich bestimmt jeden Tag ein bis zwei Mal auf dem Display. Ja, ist bei mir halt auch so, dass ich, wenn ich die Nummer nicht unbedingt kenne und das ruft dann auch meine Privatnummer an, dann gehe ich da auch nicht unbedingt ran. Ja, wenn es was Wichtiges ist, können die Leute gerne Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Und wenn das eben nicht passiert, weiß ich, dass es nicht wichtig ist. Ja, insofern gehe ich da auch nicht ran. Also ich habe das schon mal neben mir klingeln lassen, durchaus auch mal. Ja, weil ich kenne das ja, wenn man einmal, ja, ich sage mal von den Koryphäen die Bücher kauft, dann ist man in diesem Funnel, in diesem Verkaufstricht da drin. Und dann wird natürlich mit allen Mitteln versucht, gerade wenn man auch eine Telefonnummer hinterlegt hat, ja, ob man denen noch was verkaufen kann. Also ich sage mal, die Ambition war einmal natürlich nachzufragen, ist das Produkt angekommen? Ist es nicht? Berechtigterweise nachgefragt. Und natürlich ging es dann um die, um die großen Events von Jürgen Höller, ja, die Power Days. Da hat er mir versucht, dann wirklich dann einen Termin nach dem anderen schmackhaft zu machen. Ja, auch gar nicht gefragt, ob ich hin möchte, sondern direkt die Frage gestellt, für wie viele Personen kann ich Ihnen denn Tickets reservieren? Für zum Beispiel Wiesbaden oder für, ja, also hat schon einen konkreten Termin erstmal genannt. Ja, also Frankfurt, sitzen ja bei Frankfurt in der Nähe. Ja, und da wären zum Beispiel Düsseldorf, dann am, ich glaube, zweiten und dritten. Wie viele Tickets darf ich Ihnen denn reservieren? Ich habe gesagt, ja, Termin ist voll. Also, ja, was machen Sie denn da? Und, ja, habe ich ja ein bisschen erzählt. Fand ich ganz, war ein sehr netter Mensch, ja, auf jeden Fall. Und er versuchte mich natürlich im Gespräch zu halten. Ich versuchte ihn auch im Gespräch zu halten, weil ich möchte von so Leuten ja lernen. Ja, also der, habe ich gemerkt, okay, interessante Verkaufstechnik, die er da gerade drauf hat. Und, ja, da bleibe ich doch mal dran. Ich kaufe jetzt nichts, aber ich bleibe trotzdem mal dran, um einfach mal mir die Verkaufstechnik mal anzuschauen. Und das ist sowas, was ich euch gerne mal in dem Short hier mal mitgeben möchte. Legt nicht genervt auf, ja, oder wimmelt ab. Haltet die doch mal im Gespräch. Das ist so spannend, ja, und schreibt dir mal ein paar Techniken auf, ja, die dir dann auffallen da drin. Deswegen rate ich euch auch, guckt euch mal auf YouTube von tollen Verkäufern die YouTube-Videos an. Also Dirk Kreuter auf jeden Fall. Der Mike Diersen, ja, Mike Diersen ist von der Jürgen Höller Akademie auch hervorragender Verkäufer. Tim Taxis, ja, der hat so dieses Heiß-auf-Kalt-Aquise, ist auch sehr interessant. Marc Galal, ja, der im Prinzip auch ganz bekannter NLP-Trainer ist, also hat ja sein Programm NLS, was eine Kombination aus Verkauf ist und NLP. Also speziell NLP für den Verkauf, ja, sehr interessante Sache. Ja, und zum Beispiel der Martin, Martin Limbeck, Michael Limbeck. Ah, letztens noch, da habe ich ihn einmal kurz live gesehen, jetzt beim Alexander Christiani, Limbeck auf jeden Fall, ein ganz bekannter Verkäufer auch, ja. So richtig dickes, schwarzes Buch, die Bibel der Verkäufer geschrieben. Heißt nicht so. Ja, Limbeck verkaufen, glaube ich, heißt das. Wie gesagt, also fand ich super spannend. Und das ist aber häufig so, das ist immer so der erste Schritt, wer sich mit Online-Marketing beschäftigt, von diesem Verkaufstrichter, in den ihr reinkommt. Na ja, erst kriegt ihr quasi ein kostenloses Produkt, in Anführungszeichen. In dem Fall das Buch, Free plus Shipping, nennt sich diese Technik. Und dann wird nochmal das nächst höherwertige Produkt hinten dran gehängt. Das war auch beim Auschecken als Upsell, ich weiß gar nicht mal, was das war, ein Hörbuch, glaube ich, nochmal von dem Buch. Wollte ich aber nicht, ja, und dann wollte ich bestätigen. Okay, dann kam die nächste Seite und sagte dann hier, Tickets für, ich glaube, die Power Days oder für irgendwas anderes. Ja, also wird halt versucht, noch ein Upsell hinten reinzudrücken. Da bist du dann schon eine Stufe tiefer in dem Funnel. Hast natürlich auch eine Telefonnummer hinterlegt. Ich glaube, das ist sogar, musst du da sogar. Und dann wirst du natürlich angerufen, ja, unter eventuellem Vorwand. Eventuell aber auch wirklich, um wirklich das noch mit dran zu hängen. Also ich denke schon, ich habe schon darauf gewartet, ob dann ein Verkaufsversuch kommt. Und er kam, ja, also das wäre ich auch echt enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Ein guter Verkäufer versucht immer zu verkaufen, bei jedem Gespräch, das er führt. Und das hat er gemacht. Also muss ich sagen, wenn jemand aus der Jürgen-Höller-Akademie mal ein Podcast hört, ihr habt echt, oh sorry, ihr habt echt super Leute. Also was das Verkaufen angeht, A, sehr nett und kompetent und ganz gewieft versuchen die zu verkaufen. Finde ich total cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Merkt man vielleicht so ein bisschen. Okay. Ja, also meine Zeit wird gerade knapp. Ich bin quasi auf dem Sprung ins Training. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Abend. Das war jetzt mal ein Shorty. Wir hören uns im nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut. Euer Marco. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib ihm doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, empfiehle ihn weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business-Kung-Fu-Community-Facebook-Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Shownotes. Alle Infos findest du unten in den Shownotes.